Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde, der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebeste Name des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebes Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der liebes Flamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebte Braut. Die neuen Dienstage zur Heiligen Martha, zweiter Dienstag. O heilige Martha, du Wunderbare, ich nehme Zuflucht zu deiner Hilfe, mich ganz auf dich verlassen, dass du mir meinen Nöten helfen und in meinen Prüfungen beistehen wirst. Zum Dank verspreche ich dir, dies Gebet überall zu verbreiten. Tröste mich in meinen Sorgen und Schwierigkeiten, flehe demütig. Bei der großen Freude, welcher dein Herz erfüllte, als du in deinem Heim in Bethania den Heiland der Welt beherbergtest, flehe ich, fürbitte für mich und meine Familie, dass wir unseren Gott in unseren Herzen bewahren. Und also das Heilmittel, unsere Bedürftigkeit zu erlangen, verdienen, vor allem bei dieser Sorge, welche mich gegenwärtig bedrückt, ihr Anliegen vorbringen. Ich bläde dich an, du Helferin, in aller Not, besiege die Schwierigkeiten, so wie du den Drachen besiegtest, bis er zu deinen Füßen lag. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Brucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirfen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heilige Marta, bitte für uns. 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 Amen.